Und ein Moinsen zu diesem VfB aktuell und es ist jetzt offiziell, es ist durch, wir haben drauf gewartet, dachte ich schon, dass es gestern offiziell wird, jetzt ist es heute, Mittag gegen 12 Uhr, kurz nach 12 Uhr offiziell geworden, Sascha Kalajic wechselt in die Premier League zu den Wolves, wir haben ja die gesamte Transfer-Saga verfolgt, gab ja auch hier auf dem Kanal einige Videos dazu, kleiner kurzer Recap von letzten Tagen, das endgültige Here we go gab es ja quasi schon am Samstag, da wurde verkündet, dass Sascha auf eigenen Wunsch nicht im Kader steht, das war das 0-0 in Köln, außer das Volk Kalajic ist ja auch schon online gerne abchecken, das Ding, er hat sich mental und im Kopf nicht 100% bereit gefühlt, am Sonntag bei uns zu spielen, im Kader zu sein, natürlich wird da was dran sein, gleichermaßen wird natürlich auch einfach viel mit dem Transfer zu tun haben, er wollte wahrscheinlich nicht, dass nochmal irgendwas mit dem Medizincheck zum Beispiel passieren könnte, mit einer Verletzung oder sowas, ja und da flogen dann danach verschiedene Zahlen durch die Gerüchteküche am Montag und Dienstag, jetzt gibt es ein paar Zahlen, die mehr oder minder alle berichtet haben, die dann wohl auch so passen könnten. Was alle gemein haben, sind erstmal 18 Millionen Grundablöse plus Bonuszahlungen und klar scheint auch, dass die Bonuszahlungen die Summe auf über 20 Millionen heben, auf jeden Fall, wie gesagt, berichtet von Ornstein, von Sky Sports aus England, von uns aus Sky Deutschland quasi, Kicker, Fabrizio Romano, Bild, Quellen und so weiter, wisst ihr ja wie es läuft, bei mir in der Videobeschreibung zu finden, Sky in Person von Blättenberg nehme ich mal raus einfach, das ist somit das Aktuellste, der hat Berichte von 18 Millionen, wie gesagt, plus 7 Millionen Bonuszahlungen und auch Weiterverkaufsbeteiligung von 10 bis 15% haben wir ausgegangen, das wäre ein sau, sau starker Deal, finde ich, natürlich je nachdem, wie realistisch es ist, dass diese Bonis auch erreicht werden können, ich wäre grundsätzlich mit über 20 Millionen zufrieden gewesen, das erreichen wir damit wohl, hat nur noch ein Jahr Restvertrag, das Transferfenster ist quasi um, hat es bis zum Ende ausgereizt, von der Kaleitschus-Seite aus quasi, das muss man mit einberechnen, er ist wechselwillig, deswegen, so könnten es tatsächlich genau die 25 Millionen sein, mit Boni eben eingerechnet, die genau sein Marktwert aktuell wären und das wäre sehr stark, weil normalerweise kriegst du ja bei einem Spieler mit einem Jahr Restvertrag weniger als den Marktwert. Wir erinnern uns auch, dass wir ihn ja für laut Transfermarkt.de 1,75 Millionen, manche sagen 2,5 Millionen 2019 geholt haben aus Österreich, damit auch da ein sau starkes Transferplus am Start, das ihn tatsächlich mindestens auf Platz 5 hievt bei unseren teuersten Abgängen der Vereinshistorie. Auf 5 nämlich ist Kabak mit 15 Millionen, dann kommt Werner mit 23, Gonzales 24,5, Gomez auf der 2 mit 30 Millionen und Pavard auf der 1 mit 35 Millionen. Und natürlich, je nach Boni, je nachdem, ob sie erfüllt werden, wann sie erfüllt werden und eben auch der Weiterverkaufsbeteiligung, sollte er eben weiterverkauft werden von den Wolves, könnte er damit auch auf Platz 3 oder Platz 4 rücken in diesem Ranking. Allerdings bekommt auch Admira Wacker, sein Klub, von dem wir ihn geholt hatten damals, 12,5 Prozent Weiterverkaufsbeteiligung. Das wären jetzt beispielsweise bei den 18 Millionen Grundablöse, wären das 2,5 Millionen und dazu auch 270.000 Euro Solidaritätsbeitrag. Bei den Wolves bekommt er einen Vertrag bis 2027 mit Option auf noch ein weiteres Jahr. Also wirklich ein sehr, sehr langer Vertrag, sicher auch ein guter Vertrag. Ich habe irgendwas gelesen, von wegen, dass sein Gehalt sich verdreifachen könnte in England. Der Medizincheck war, wie gesagt, am Dienstag, Montagabend ist er schon nach England geflogen. Deswegen habe ich ja schon einiges gesagt zum Wechsel, die Gerüchte hängen sich ja schon ewig drin mit Wolves, eben auch zur Wahl seines Wechsels, seines Klubs, nämlich jetzt den Wolves. Der wird da viel spielen, das ist klar. Der Klub hat Europa-League-Ambitionen, hat ja glaube ich auch schon mal da drin gespielt. Mehr aber halt nicht unbedingt. Also man stößt halt mit den Wolves nicht wirklich in die Top 4 der Premier League. Das passiert normalerweise nicht und eben damit auch nicht in die Champions League. Trotzdem natürlich von der Größe der Liga und auch schon angesprochen vom Gehalt her, ist das sicher attraktiver im Mittelfeld der Premier League zu spielen, als eben der Kampf um den Klassenheit in der Bundesliga. Das ist ganz klar. Plus eben, es ist mehr oder weniger ein Zwischenschritt vermutlich. Er ist auch schon, in Anführungszeichen, schon 25. Das Schaufenster in der Premier League ist einfach viel, viel größer als jetzt eben in der Bundesliga. Das ist einfach so. Hat bei uns 51 Spiele gemacht in der Bundesliga, wettbewerbsübergreifend, oder sessorübergreifend, 22 Tore und 11 Assists. Also sehr, sehr stabile Werte für uns, sehr, sehr stark. Gerade eben auch, weil wir oft im Abstiegskampf hingen. Hat mittlerweile auch dann schon 15 Nationalspiele für Österreich. Absolut wird ja auch bei der EM gespielt gehabt. Er hat uns viel zu verdanken. Nach der langen Verletzung 2019 haben wir auf ihn gewartet, haben keinen neuen Stürmer verpflichtet, haben einen Bundsieger auf ihn gesetzt. Dann gleichermaßen natürlich auch wir ihm zu verdanken. Sportlich. Viele Tore gemacht. Wurde absolut Fanliebling. Vor allem 2021. 2021 Sosa auf Sascha war einfach geil. Deswegen ist es für mich so, ja, schon ein recht gutes, recht gutes, recht gute Win-Win-Situationen für beide. So, also das Geben und Nehmen war recht, recht okay, finde ich so, wenn man das Fazit zieht. Weil wir eben jetzt auch eine sehr gute Summe bekommen für ihn. Dickes Transfer plus machen. Natürlich war es ein bisschen weh tut. Nicht die richtige Begrifflichkeit dafür, aber weh tut. Oder unangenehm ist aktuell, war eben das Transferfenster. Die Sympathien hat er sich so ein bisschen verspielt bei einigen, auch bei mir ein bisschen. War einfach unangenehm. Nun ist er in Anführungszeichen endlich weg. Daran hat wohl auch der Berater einen großen Anteil. Der M. Pacher, nach Aussagen aus den letzten Tagen, ist, glaube ich, auch misslintat. Sehr froh, dass das Thema endlich durch ist. Der kann damit, glaube ich, nicht zufrieden sein, wie die Situation nun zum Schluss war. Zitat hier zum Beispiel, manche gehen so damit um, andere so. Seine Berater wissen seit drei Monaten, was Sache ist. Zum Glück ist das Thema bis Donnerstag erledigt. Ziemlich angenervt, aber halt auch berechtigt. Ricky vom STR-Podcast, der ja auch immer sehr gut informiert scheint, hat auch gesagt, dass der Berater sich an keine Absprachen gehalten hat. Es gab Deadlines, die auch dann ablöst und dann geknüpft waren. Kalajic oder Sascha wollte sich selbst nicht entscheiden und hat es dem Berater getan. Ja, schwierig. Zum Thema Ricky auch noch. Er hat auch noch ein Video hochgeladen über den STR-Podcast, wo er gesagt hat, dass die Boni nicht so hoch sind, wie berichtet. Also vielleicht doch, dann wären es vielleicht doch nur zwei, drei Millionen Boni, aber wir kommen auf die über 20 Millionen. Genau wissen es am Ende eh nur misslintat und Co. Aber die meisten haben es ja so berichtet, wie ich es euch vorhin wiedergegeben habe. Kurz die offiziellen Statements noch abzuhaken. Hier misslintat sagt, Sascha wurde nach seinem Wechsel zum VfB in den vergangenen Jahren zum etablierten Bundesligaspieler und Nationalspieler, der mit seinen Leistungen die Aufmerksamkeit von Klubs aus dem In- und Ausland auf sich gezogen hat. Sein Werdegang ist ein weiteres eindrucksvolles Beispiel dafür, dass der VfB jungen Spielern perfekte Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Wir danken Sascha für die gemeinsame Zeit beim VfB und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute. Und Karl Leitsch, das Zitat, beides von der VfB-Webseite zur Transfermitteilung. Die Zeit beim VfB wird für mich unvergesslich bleiben. Ich habe von Tiefen, wie meinen Verletzungen bis Höhen, wie meiner ersten Bundesliga-Saison mit 16 Toren und dem emotionalen Nicht-Abstieg am letzten Spieltag sehr viel erlebt. Ich möchte mich bei meinen Teamkollegen verantworten, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klubs und insbesondere den VfB-Fans bedanken. Ich habe die Stadt, also den Vereinen, ins Herz geschlossen. Ich werde weiterhin Fan dieses wunderbaren Vereins bleiben und dem VfB für die kommende Saison als auch für die Zukunft immer das Allerbeste wünschen. Also alles sehr professionell, alles sehr sympathisch. Nichts, wo man irgendwie durch die Blume durchlesen könnte, dass da irgendwer ein bisschen angenervt war. Passt alles. Es gab auch ein Video auf Instagram oder auf Twitter, glaube ich, auch mit Zusammenschnitt von ein paar Toren von Karl Leitsch. Also professionelles Ende öffentlich, so gehört sich das. Haken wir kurz noch ein paar Ersatzgerüchte ab. Zürgzi wird es nicht. Da geht er zu Bologna in die italienische Liga. Das ist offiziell in den Gerüchten. Da ist 8,5 Millionen als Grundablöse. Weiterverkaufsbeteiligung für die Bayern von 50%. Matching-Ride für die Bayern eine Rückkaufklausel für die Bayern. Also da wird ein bisschen das absolut berechtigt. Wahrscheinlich einfach den Hörer aufgelegt haben bei der Verhandlung. Sollte es jemals eine gegeben haben. Mergen Berisha sollte auch wieder Thema gewesen sein. Fenerbahce, U21-EM-Sieger mit Deutschland. Waren Gerüchte aus türkischen Medien da immer ein bisschen vorsichtig. 3 Millionen hieß es, könnte man zahlen. 20% weiterverkaufsbeteiligung für Fenerbahce. Soll auch schon ein paar Amplätze am Stadion gesichtet worden sein von ein paar VfB-Fans auf Twitter. Sky sagte aber immer, ja, gibt schon was, aber ist nicht heiß. Und nun ist es offiziell, dass er zum FC Augsburg wechselt tatsächlich. Ein Jahr Laie, 400.000 kostet diese Laie mit einer Koppelzeitung nach der Saison. Hätte man durchaus machen können, den Deal. Aber was man da auch so ein bisschen raushört, es gab ja schon mal Gerüchte um Berisha, er hat sich nicht für uns entschieden, sondern eben für einen anderen Klub. Und das hängt ihm, hängt da so wohl ein bisschen noch ein bisschen nach. Und hat man den Transfer wohl nicht getan oder nicht noch näher in Richtung Berisha geguckt in diesem Sommer. Solche Gerüchte zeigen halt auch wieder das Wirrwarr vom Transferfenster. Es ist nicht überall was dran, was geschrieben wird. Das ist ja auch eine ganz klare Geschichte. Auf einmal wird es dann Augsburg statt uns, obwohl die gefühlt, also zumindest was ich mitbekommen habe, null in Gerüchten drin waren. Aber so passiert es dann eben. Ganz kurz sollten wir auch Interesse gehabt haben an Jarem Schuk. Zumindest wurde es kurz berichtet, dass unser Name mit auch auf der Liste ist. Da war mir auch schon klar, wir zahlen für den keine 15 bis 20 Millionen, die da kolportiert wurden. Favorit war Brügge. Habe es ja so auch in meiner Instagram-Sorge geschrieben. Interessant, aber eigentlich nie im Leben passiert ist. Ein Quatschgerücht. Wie gesagt, sage ich auch oft gerne, mir auf Instagram folgen. Da kriegt ihr natürlich die News und alles noch viel schneller, als eben jetzt in aufwendigeren YouTube-Videos. Das ist ja ganz klar. Jetzt auch offiziell geht es zu Brügge. Champions-League-Verein aus Belgien. Die zahlen wohl 19 Millionen. Also, ja, hätte man im Leben nicht getan. Gerüchte zu Beljo gab es ja mal am Anfang aus Kroatien, am Anfang des Transferfensters. Da gab es dann Gerüchte um Gladbach. Der Wechsel kommt nicht zustande. Die haben ja andere Optionen geholt. Dadurch vielleicht wieder Optionen für uns. Mal sehen. Artem Dovbik ist ein Name, der jetzt noch aufgetaucht ist in der Gerüchteküche. Aber wie gesagt, das ist wirklich, das ist wieder auch Gerüchteküche pur, weil noch nichts Seriöses aus deutschen Medien und sowas irgendwas berichtet hätte. Ich will es nur einfach mit reingenommen haben. 25 Jahre alt, Ukrainer. Letztens Saison viel getroffen in der ukrainischen Liga. Mehr weiß ich auch nicht über ihn. Seriöse Gerüchte dazu gibt es auch noch nicht, aber wollten einfach nur zur Vollständigkeit auch genannt haben. Sascha soll ja auf jeden Fall gleichwertig, was Positionen spielweise angeht, ersetzt werden. Das ist, glaube ich, vor allem die Aussage vom Kicker gewesen. Bissler hat auch angedeutet, dass man vielleicht auf den Winter warten könnte und da dann tätig wird. Wir hätten gezeigt in Köln, dass man Sascha auffangen kann und dass man gute Zocker hat. Da gehe ich so halb, halb mit. Also wir haben gezeigt, dass wir ihn auffangen können in Köln und wir haben auch gute Zocker im Kader. Trotzdem, ich hoffe da sehr darauf, dass das Verhandlungstaktik ist, dass das Pokern ist und nicht Wahrheit wird. Also ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir noch einen direkten, oder halt direkten wie auch immer, einen kaleidischen Ersatz haben oder auf jeden Fall einen neuen Top-Stürmer holen, jetzt so formuliert. Weil, ne, Chancenwucher letzte Saison, Chancenwucher diese Saison. Ich fände es komplett fahrlässig, keinen zu holen und gehe fest davon aus, dass wir einen holen oder wünsche es mir sehr. Bissler hat er bestimmt seine Listen oder hat seine Listen. Mal gucken, was passiert. Lange Zeit ist halt nicht mehr. Dennis Bayer von Sky hat auf Twitter geschrieben, dass der Deadline-Day spannend wird. Ich weiß nicht, ob ich einfach generell Bock habe auf Deadline-Day. Kann natürlich auch sein. Sonst könnte es halt so klingen, als würden wir erst am Deadline-Day Sachen verkünden können vielleicht. Heute ist ja schon 31.08. Morgen ist Deadline-Day. Am 1.09. bis 18 Uhr ist das Transferfenster in Deutschland offen. Wir noch auf der Suche nach Kalajdzic-Ersatz. Vielleicht auch Sosa-Ersatz, auch wenn es ja gerade nicht so ernst aussieht. Das ist auch nochmal ein Thema, dann möglicherweise für ein weiteres Video. Innenverteidiger wäre eigentlich auch noch schön, einen zu holen, einen Backup zu holen. Mal gucken, wird noch sehr heiß. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn es durch ist, das Transferfenster. Das ist ein sehr, sehr wildes Ding und eben so Transfers kurz vor dem Schluss wie bei Kalajdzic, wo sie es ja angebahnt hat, ist immer extrem stressig und natürlich auch für den Klub alles andere als geil. Gerne eure Meinung in den Kommentaren zum Kalajdzic-Wechsel. Lasst mir gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch gefällt, was hier abgeht auf dem Kanal. Ich bedanke fürs Zuschauen. Hier natürlich viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020